Ich stehe hier gerade vor dem Stoffwechsel, ein Second-Hand-Laden in München-Neuhausen. Im Internet lautet sein Motto Frech, Funky, Retro. Ich bin gespannt, was ich mir darunter vorstellen kann und schaue mir das jetzt mal an. Hallo. Hallo, grüß Sie. Guten Morgen. Sie sind die Leiterin vom Second-Hand-Laden Stoffwechsel. Der erste Eindruck ist, es ist unheimlich fröhlich hier drin. Das ist auch so Ihr Motto, oder? Genau, also so soll man sich auch fühlen. Also man soll sich wohlfühlen und eine gute Stimmung soll es machen. Sehr schön. Ich führe nämlich gleich zurecht. Die Teile sind nach Farben, Größen und Saisonartikeln sortiert. Es gibt Jacken, Schuhe, Damen- und Herrenbekleidung, Accessoires und vieles mehr. Ich mache mich auch gleich mal auf die Suche und finde prompt eine Bluse in meiner Lieblingsfarbe. Eigentlich hätte ich jetzt gerne auch noch ein schönes Accessoire dazu. Ich wollte Ohrringe, aber Astrid Harry rät mir eher zu einem Armreif. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier, dieser Armreif, ganz gut dazu passen würde. Okay, wunderbar. Dann probiere ich das. Danke. Gerne. Also ab in die Umkleidekabine. Die Bluse gefällt mir schon mal richtig gut und auch der Armreif sieht wirklich super dazu aus. Also mit der Beratung bin ich sehr zufrieden. Die Kleidung, die sie annimmt, schaut Astrid Harry ganz genau an. Sie nimmt nur frisch gewaschene Stücke, manche Teile werden noch gebügelt und dann wird alles fein säuberlich aufgehängt und im Laden arrangiert. Das überzeugt mich und die blaue Bluse nehme ich gleich mal mit. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Das ist ein sehr schöner Laden. Ich habe ja auch was Schönes gefunden und ich werde da auf jeden Fall wieder vorbeischauen. Ich habe ja meistens überrascht. Vielen Dank.